von diesem Berieselungszustand in den Aktivzustand zu bekommen. Dafür ist die Warm-Up-Phase da. Du machst sie damit einfach heiß auf die Party. Und wenn die Party dann später startet und dann sind alle schon so startklar, dass du meist eigentlich nur noch, du musst nur noch mit den Fingerschnippen und die Gäste starten sofort durch. Das passiert, wenn du die Warm-Up-Phase richtig gestaltest. Wenn du das machst, machst du das nicht, sondern du spielst einfach nur weiter Hintergrundmusik, dann musst du nach dem Start der Party erst noch versuchen, die Leute in den Aktivzustand zu bekommen. Und mit dem Start der Party sind aber alle Augen auf dich gerichtet und die Gäste sind dann aber noch im Berieselungszustand. Daher empfehle ich dir, wirklich eine Warm-Up-Phase einzubauen. Es kann übrigens auch passieren, dass du während du das Warm-Up spielst, immer wieder mal unterbrochen wirst.